Ja, 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 was für ein Mumpitz, da hast du recht. Weißt du, der Historiker, Archäologe, der kümmert sich jetzt um eine Firewall wegen der Fusionskörper. Ja, okay. Das Herzstück der Maschine. Das hat gerade die Ausmaße, die epischen Ausmaße eines Films von Passwort Swordfish. Aber genau so. Was sind das hier eigentlich für Bilder hier drauf? So, oh Gott, rotes Telefon, Steuerkonsole, Monitore, Schubladen, Aschenbecher. Da liegt eine angerauchte Zigarre drin. Van Rien hat es wohl eilig. Zigarre? Eine von Van Riens Zigarren, nur leicht angeraucht. Schubsladen, das ist eindeutig Ikea. Wenn ich mich in Ihrem Schreibtisch etwas umschaue? Wenn das hilft, den Weltuntergang zu verhindern, nur zu. Die steht neben mir. Das ist eindeutig Ikea. Außer einem ferngesteuerten Modell-UFO mit Fernbedienung ist hier drin nichts Brauchbares zu finden. Was? Ein UFO mit Fernbedienung? Kann ich dieses UFO hier mitnehmen? Klar, wenn Sie es brauchen können. Die Dinger zu bauen und zu steuern ist eines meiner Hobbys. Mhm. Das ist doch kein UFO. Marke Eigenbau. Aber solange es fliegt und sich gut steuern lässt, ist die Optik zweitrangig. Cunningham hat die Konsole zerstört. Mal im Ernst, wen sollte ich jetzt anrufen? Gorbatschow. Wir müssen ins Rechenzentrum und die Maschine stoppen. So, was haben wir noch? Monitor? Die Fortschrittsanzeige steigt unaufhörlich. Wir müssen schnellstens ins Rechenzentrum und den Vorgang stoppen. Und was macht sie? Ich werde sie mit Sicherheit nicht wieder befreien. Brauchst du doch nicht, aber reden vielleicht. Oder gib hier eine Zigarre. Sie liebt es, wenn ein Plan nicht funktioniert. Gut verschnürt und ruhiggestellt. Das Herzstück der Maschine. Sieht schon beeindruckend aus. Die hermetisch abgeregelte Fusionskammer. Wir müssen ins Rechenzentrum und die Maschine von dort aus stoppen. Sieht aufgeräumt aus. Ja. Wir haben bereits alles besprochen. Ich soll ihn ins Rechenzentrum begleiten, damit er dort die Maschine umprogrammieren und das Experiment stoppen kann. Was steht hier? Test 1, 2, okay. Stage 1 bis 5, okay. Keine Ahnung. Das ist zu, zu... Wir werden schon was finden. Hier ist noch ein Papierkorb. Ein paar gebrauchte Posterstrips und ein Bleistiftstummel. Der Rest ist Müll. Posterstrips? Bloß nicht Powerstrips sagen. Wer hat denn die Posterstrips in den Müll geworfen? Die kleben doch noch prima auf beiden Seiten. Na echt, ey. Die sind doch noch gut. Verdammt. Das Sicherheitssystem wurde aktiviert. Sicherheitssystem? Laserbarrieren. Wenn wir die auslösen, wird der Gang hermetisch abgeriegelt und Gas eingeleitet. Ich sehe aber nichts. Das nennt man Reinraum. Hier drin haben wir nahezu staubfreie Luft. Da sind Laserstrahlen nicht zu sehen. Und was sollen wir jetzt tun? Man kann das Sicherheitssystem an der Konsole ausschalten. Dazu braucht man allerdings die passende Keycard. Die sie nicht haben. Leider. Na schön. Vielleicht fällt mir ja was ein. Hat das nicht hier Dings? Wo ist so eine Keycard? Ich werde sie mit Sicherheit nicht wieder... Okay, sie hat keine Keycard. Äh... Hier ist nichts weiter. Äh... Puh, 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 Puh. Hier ist ein Tisch. Hier liegt nichts drauf. Ist da auch wieder Ikea. Das ist der Haltemechanismus von den Ikea-Regalen. Nur, dass das Brett hier drüber... Was, was hat sie da? Hier liegt nichts drauf. Ja, da liegt nichts drauf. Hier, das UFO-Pack rein. Nein. Bleistift. Die Zigarre könnten wir... Ich will hier keinen Köder für Van Rien auslegen. Nein, aber rauchen lassen. Und dann, wenn das ein Reinstraum ist, dann sehen wir die Laserstrahlen. Och, Mensch. Ein Spielverderber. An dieser Konsole kann man mit einer Keycard den Bewegungsmelder ausschalten. Okay, das ist der Bewegungsmelder, nehme ich mal an. Ich speichere mal, so. Ich komme da nicht hin, ohne den Alarm auszulösen. Okay. Wir können aber das UFO... Das UFO-Modell ist zwar nicht sehr groß, für die Lücken in der Lasersperre, aber trotzdem zu groß. Okay, also auch nicht. Was ist das hier oben? Sensor. Der Sensor erzeugt einen unsichtbaren Laserstrahl, der über viele kleine Reflektoren zu einem feinmaschigen Netz wird. Jetzt sehe ich das hier, die Löcher. Hier, hier, hier. Okay. Da dran rumzufummeln ist keine gute Idee. Können wir den... Nee, können wir nicht. Nee. So, was haben wir hier? Laborkittel, nehmen wir einen mit. Verkleidet kommen wir auch nicht durch die Bewegungsmelder. Aber mal schauen, was in den Taschen der Laborkittel ist. Ein Lippenstift. Ein Schlüssel mit Feuerzeuganhänger und Schminkutensilien. Schminkutensilien. Ein aufklappbarer Taschenspiegel mit zwei Spiegelflächen. Da können wir das aufklappen und können dann unsere Drohne durchschicken. Ein roter Lippenstift. Ein kleiner Schlüssel mit einem Feuerzeug als Anhänger. Ja, das machen wir hier gleich. Ich hasse diesen widerlichen Gestank. Kommt drauf an. Ich bin zwar seit über fünf Jahren nicht raucher, aber eine Zigarre ist eigentlich ganz nett. So, jetzt gucken wir erstmal. Es kann nicht lang dauern, bis hier alles voller Zigarrenrauch ist. Aber man muss trotzdem nicht rauchen. Na also. Ui. Das ist ja richtig hier diagonal und so. Aber wenn das diagonal ist, können wir das eine Lasergitter hier unten ablenken. Damit könnte ich den Laserstrahl umleiten. Aber wie soll ich die Spiegel befestigen? Da, da, komm hier. Ich klebe mal ein paar der Posterstrips auf die Rückseiten der beiden Spiegel. So, jetzt aber. Okay. Dafür brauche ich jetzt ein ruhiges Händchen. Okay. Ich breche den Taschenspiegel auseinander, befestige den einen Spiegel an der linken Wand und leite danach mit dem anderen Spiegel den Laserstrahl um. Perfekt. Es hat geklappt. Okay, und jetzt können wir Drohne durchschicken. Das UFO-Modell passt jetzt durch die Lücke in der Lasersperre und könnte danach unbemerkt durch den Gang gesteuert werden. Jetzt muss mir nur noch was einfallen, wie ich die Keycard mit dem UFO hertransportieren kann. Okay, dann fehlt noch was. Können wir zur Krankenstation? Man braucht eine Zugangskarte, um die Tür zu öffnen. Zum Fahrstuhl gehen wir dann. Max ist nach oben gegangen, um im Transformatorgebäude die Stromversorgung zu unterbrechen. Na gut, wenn du es schaffst, es zu unterbrechen, ist das Lasergitter aus, oder? Konsole. Wir brauchen überall so ein bisschen Krams. Der ist keiner Hilfe. Ist da noch... Nee, ist auch nichts. Warte mal. Haben wir hier noch irgendwas übersehen? Okay. In den Schubsladen auch nicht. Da ist nichts Brauchbares mehr drin. Tja. Geht das nicht? Kann ich den nicht fliegen lassen hier? Das UFO-Modell passt jetzt durch die Lücke in der Lasersperre und könnte danach unbemerkt durch den Gang gesteuert werden. Jetzt muss mir nur noch was einfallen, wie ich die Keycard mit dem UFO hertransportieren kann. Na hier. Ich klebe ein paar der Poster-Strips an die Unterseite des UFO-Modells. Okay, das war jetzt zu einfach. Und jetzt aber. Das UFO-Modell passt durch die Lücke im Lasergitter. Steuern kann ich es allerdings leider nicht so präzise, um damit die Keycard herzuholen. Könnten Sie mir kurz helfen, bitte? Wobei? Ich habe einen Teil des Lasergitters umgeleitet. Respekt. Wir können das Modell jetzt auf die andere Seite buxieren und damit die Keycard von der Ablage holen. Kinderspiel. Geben Sie mir die Fernsteuerung und platzieren Sie Betty vorsichtig hinterm Gitter. Betty? Fragen Sie lieber nicht. Wie Sie meinen. Dann bringe ich Betty mal in Stellung. Ja, bring mal Betty in Stellung. Sie haben es geschafft. Eine meiner leichtesten Übungen. Mhm. Oh. Verdammt. Was ist jetzt los? Frau Kalenko. Wohin deswegs? Im Moment wohl offensichtlich nirgendwohin. Ah, Gruber. Zu meinem großen Bedauern muss ich Ihnen leider mitteilen, dass ich das nicht zulassen kann. Mist. Ich muss hier raus. Okay. Im Fall eines Feuers benutze nicht den Fahrstuhl. Benutze die Treppe. Okay. Die Knüppel können wir nicht mitnehmen. Was haben wir hier oben? Eine Platte und eine Knöppe. Und eine Schlüsselkarte nehme ich mal mit. Schlüsselkarten sind aber super. So, Knöppe. Sinnlos. Der Fahrstuhl ist blockiert. Okay. Platte auf. Mit bloßen Fingern lassen sich die Schrauben nicht lösen. Na, dann nehme ich die Schlüsselkarte. Damit könnte ich die Platte vielleicht abschrauben. Geschafft. So, was haben wir da? Einen Ausgang. So, wir haben hier Führungsräder mit Teilbolzen. Die nehme ich mit. So, und dann die Führungsräder lösen. Meine Finger sollte ich da lieber nicht reinstecken. Warum nicht? Sonst kann ich womöglich nie mehr 10 Biere gleichzeitig ordern. Aber dann machen wir die Metallbolzen da rein. Der Fahrstuhl bewegt sich nicht. Es gibt also keinen Grund, die Führungsräder zu blockieren. Ja, aber wie leicht war er sich dann bewegt. Okay, ich gehe einfach nach oben. Oh, Mann. Verdammt. Toll. Told you. Das war knapp. Ich hoffe, bei Nina läuft's besser. Ach, das war's schon. Okay. So, wir haben jetzt die Schlüsselkarte. Ich gehe erstmal zur Krankenstation. Das ist einleuchtender. Okay. Offen. Offen. Dann machen wir noch die Schlüsselkarte hier drüben ran. Der Bewegungsmelder hat für heute Feierabend. Sehr schön. So, ab zur Station. Ach, das ist die. Schreibtisch haben wir nichts. Kühlkammer, da ist noch jemand drin. Können wir in den oberen... Können wir mit der Schlüsselkarte nehmen? Können wir den jetzt hier oben öffnen und da warten? Der ist verschlossen, ne? Verschlossen. Ah, warte mal. Vielleicht ist der Schlüssel... Der Schlüssel passt. Im Schrank ist Verbandszeug. Desinfektionsmittel, ein Laserpointer und ein Defibrillator. Das ist was, was sich jeder... ...dabei haben sollte. Ein Laserpointer. Klasse 4? Wusste gar nicht, dass es sowas in so klein gibt. Nicht übel. Klasse 4 verbrennt doch, oder? Okay. Können wir hier den hier rausholen? Soweit reichen meine medizinischen Fähigkeiten leider nicht, um hier jemanden aus dem Kälteschlaf zu holen. Okay. So, dann gehen wir mal hier weiter, zum Rechenzentrum. Mist. Der Eingang zum Rechenzentrum wird bewacht. Und jetzt? Sie haben nicht zufällig eine Nahkampfausbildung, oder? Oh, oh, oh. Ein Spaßvogel sind Sie also auch? Ich lass mir schon was einfallen. Einfach den sterbenden Schwan machen, oder so. Äh, haben wir nicht noch die Drohne? Ja. Können wir nicht die Drohne auf die... Äh, warte mal da oben. Sprinklernlage. Wir machen die nass. Mit dem Laserpointer. Ich ziel auf den Sprinklerkopf. Scheiße. Was soll das denn jetzt? Sicher eine Fehlfunktion. Ich stell das ab. Du hältst hier die Stellung. Okay. Prima. Einer weniger. Wasser und ein Defi? Macht? Ich muss aufpassen, dass ich nicht im Wasser stehe. Über gut isolierte... Na, obwohl es so viel Wasser ist, dass es wahrscheinlich wie ein Rinnsal am Bein runterrennt, ne? So, jetzt haben wir eine Knarre. Ist der tot? Nein, der schläft nur. Wir müssen weiter. Okay. Können wir was mit dem machen? Nein, wir können nur mit dem Eingang was machen. Das ist gut. Verschließen Sie die Tür. Ich werde mich ins System einloggen und auf die Deaktivierung der Firewall warten. Hoffentlich hat Ihr Freund Erfolg. Darauf können Sie wetten. Öffnen Sie die Tür! Scheiße. Und jetzt? Keine Angst. Das ist eine stabile Sicherheitstür. Mit Gewalt ist da nicht viel zu machen. Ähm. Ach, wirklich? Mist. Mit so viel Gewalt hatte ich allerdings nicht gerechnet. Sie müssen ihn aufhalten. Und wie soll ich das anstellen? Mit Gegengewalt. Ach, frage ich das einen Streber? Lassen Sie sich was einfallen. Ich muss mich um die Neuprogrammierung kümmern. Genau, der macht ein bisschen DOS-Befehle hier. Wenn der Typ hier reinkommt, wird er sein blaues Wunder erleben. Wenn er reinkommt. Vielleicht sollten wir es einfach nicht zulassen, dass er reinkommt. Defi, Laserpointer, Desinfektionsmittel, Verbandszeug. Wir machen die Tür mit Verbandszeug zu. Was haben wir denn hier? Eine Brandschutzschrank. Machen wir auf. Seit wann sind Brandschutzschränke verschlossen? Ist ja wie ein verriegelter Notausgang. Können wir das nicht kaputt machen? Mit Verbandszeug? Nein. Wie können wir das kaputt machen? Mit einem Bleistift. Was haben wir denn noch? Wir haben den Assistenten. Wir haben ein Rohr. Fühlt sich kalt an. Ein kaltes Rohr. Ich muss aber irgendwie den Schrank hier abkriegen. Wie könnte ich... Da ist eine Axt drin oder sowas. Desinfektionsmittel? Da nicht, da nicht, da nicht. Okay. Verbandszeug. Da nicht, da nicht. Wir können wieder mit einem Laser nichts machen und mit einem Defi... Ach, einschlagen mit einem Defi. Ich nehme die Axt mal an mich. Die Axt im Labor erspart... Ja, was eigentlich? Hier oben hacken wir da rein. Ein gezielter Hieb und dann sofort in Deckung gehen. Oh. Das wird kalt. Guten Tag. Keine Bewegung. Gute Arbeit. Jetzt sollte sich Ihr Freund aber wirklich beeilen. Der bewegt sich nicht. So, was haben wir denn? Können wir den... Meine Finger sollte ich da lieber nicht reinstecken. Sonst kann ich womöglich nie mehr zehn Biere gleichzeitig ordern. Zehn Biere. Ach so. Ja, ja, okay. Ich hab's verstanden. Ähm. Hoch mit uns. Oh. Motorräder. Transformator. Ich muss da rein und die Stromversorgung unterbrechen. Abgeschlossen. War ja klar. Verriegelt. Und die Keycard funktioniert hier nicht. Ähm. Walkie-talkie. Ob sich das elektronische Schloss vielleicht von der Zentrale aus öffnen lässt? Ich frag mal nach. Nina für Max. Kannst du mich hören? Laut und deutlich. Alles klar bei dir? Wir könnten den Blackout jetzt langsam brauchen. Ich bin vom Generatorgebäude. Die Tür ist elektronisch gesichert. Weiß nicht, wie ich sie öffnen soll. Könnt ihr da von der Zentrale aus was machen? Ich frag den Experten. Sekunde. Max? Es geht. Wir brauchen nur die Kennung der Tür. Dann kann Yuri die Verriegelung vom Rechner auslösen. Gut, ich schau mal, ob ich die Kennung finde. Beeil dich bitte. Die Kennung. Ich muss da rein und die Stromversorgung unterbrechen. Die Kennung. Ah, okay. Funktioniert doch immer wieder erstaunlich gut, so ein Schlüsselkarten-Schraubendreher. Da ist die Kennung. Na, wenn das mal nicht die besagte Kennung dieses Schlosses ist. Das lass ich lieber bleiben. Ach, warum? Kabel durch. So, ähm, hier. Reicht das, wenn ich jetzt... Die Kennung lautet XJ3486. Ich geb's weiter. Ist sicher gleich erledigt. Okay, beeilt euch. Hervorragend. Er hat's geschafft. Dann drücken Sie mal die Daumen, dass das mit der Deaktivierung des Stabilisierungsfelds klappt. Sie machen das schon. Aber die Patchkabel, wie riesig die waren da eben. Was zum Teufel ist hier los? Wir müssen hier raus. Ohne mich. Ich muss das zu Ende bringen. Binden Sie mich gefälligst los. Oh, oh. Das ist nicht gut. Eine Tage später. Gibt's da überhaupt noch Tage? Ja, ich will. 12. Das ist gut. Hat er überlebt. Hat er überlebt? Ja. In die neue Welt. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Nina und Max nahmen. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Ja. raubt das auf. ne. Oh Gott. Oh Gott. Ja. Oh Gott. Nichtsdestotrotz. Ähm. 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 Es war bedeutend umfangreicher. Und äh. Ich weiß nicht. Ich weiß nicht. Hier hat man wahrscheinlich versucht eher so 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 eine Engine auf Vordermann zu bringen. Ähm. Schwierig. Ganz schwierig. Ich weiß auch gar nicht warum auf einmal Charaktere hier wieder eine Rolle spielten, die eigentlich gar nicht mehr hätten da sein sollen. Also das Foto wahrscheinlich als Abschluss für die komplette Trilogie. Äh. Aber da waren eben halt Charaktere dabei, die eigentlich gestorben sind in den Spielen zuvor. Ähm. Was ich auch noch nicht so ganz nachvollziehen konnte, das muss ich mal für mich so äh später dann gucken, ob die Entscheidungen, die Hochtrab-, äh, ja, Hochtrabigen, na wie auch immer, äh, die Entscheidungen, die da waren, ähm, irgendeine Auswirkung auf das Spiel gehabt hätten. Also äh, helfen wir dem Mathe-Genie oder helfen wir dem Mathe-Genie nicht, ne? Also sprich, ähm, beim, beim Aufhalten von den, von den Leuten. Oder wo war die andere Entscheidung? Achso, retten wir Max oder retten wir Max nicht? Und hat das eine Auswirkung, wenn wir Max nicht retten? Heiraten wir dann nicht zum Schluss? Oder wie ist das dann? Keine Ahnung. Was steht hier? Die Auswertung der Statistik hat ergeben, dass sie so gut waren, dass sie sich damit automatisch für weitere anstehende Weltenretteraufgaben qualifiziert haben. Ja, da gibt's ja leider nicht so richtig. Äh, ein Bild dieser Urkunde wurde gespeichert. Das Schild ist wie beim zweiten Teil. Spielzeit in Minuten 287. Das heißt... Ja. Unter fünf Stunden. Oder? Ja. Unter fünf Stunden. Ähm, ja. Ähm, linke Maustaste gedrückt, 1228. Ja, Lupenfunktion benutzt. So oft habe ich das gemacht. Gelaufene Meter, fünf Kilometer. Naja, das entspricht heute einem kleinen Spaziergang. Anzahl Speichervorgänge 21. Oh. Ähm. Kommt jetzt noch was? Oh, Outtakes. An den Arzt. Wir brauchen einen Arzt. Ah, Homer. Wieder Homer. Nina, Rosebud. Das Puzzle war auch tricky. Da gab's keine Erklärung. Genau das habe ich auch alles gemacht. Alles angeschalten. Na toll. Nein, 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 nein. So kann ich nicht arbeiten. Ihr findet mich in meinem Wohnwagen. Sieh dir das an. Was ist das? Das ist eine unterirdische Systeme. Ein Bewässerungs- und Kanalisationssystem, das vor über 10.000 Jahren errichtet wurde. Zu lange dargestanden. Radioaktiv. Ich bin klitschnass. Mir ist eiskalt und ich stinke widerlich nach Fisch. Ich verlange eine Erschwerniszulage. Da ist er also abgeblieben. Hey, was? Cut! So, alles im Kasten. Feierabend. Wir sehen uns dann am Montag. Schönes Wochenende. Hey, wartet! Hey! Letztes Jahr war ich im Urlaub in der Sahara. Da ist es schön trocken. Und man kann mal wieder so richtig die Batterien aufladen. Nur der Sand hat mir zu schaffen gemacht. Bekomme ich jetzt mein eigenes Spiel? Nein! Wo kommt die Wurst her? Herzlichen Glückwunsch! Der Bonusbereich steht jetzt im Hauptmenü zur Verfügung. Ein Bonusbereich? Haben wir einen Bonusbereich? Wo ist der Bonusbereich? Ähm, Hotsposter-Anzeigen. Wo ist der Bonusbereich? Optionsspielladen. Cinema. Der Bonusbereich. Ei, ei, ei. Achievements. Was haben wir da bekommen? Was sind das denn für Sachen? In der Kirche gibt es mehr als nur einen Weg, um Probleme zu lösen? Okay, Akrobat, stützen Sie die Statue durch perfektes Wippen. Habe ich das nicht gemacht? Schade. Gehen Sie ins Licht, ohne sich umzudrehen. Gehen Sie viel spazieren. Das habe ich ja hingekriegt. Äh, Partner. Was ist die Welt ohne Lebensgefährden? Das ist die Entscheidung, die ich gefällt habe, ne? Laden Sie alle zur Hochzeit ein. Wie hätte ich das machen können? Helfen Sie, wenn man Sie darum bittet. Was ist der Lebensgefährte ohne Welt? Hochzeit. Das ist, glaube ich, die andere Entscheidung. Ach so. Warte mal. Laden Sie alle zur Hochzeit ein. Wir hätten bei der Dings bleiben müssen. Ne, aber das ist ja auch nicht. Sammeln Sie alle vier Enten. Vier Enten gibt's. Oh. So, was haben wir hier noch? Genießer lassen Sie sich beim Spielen Zeit. Oh, ich habe jetzt eigentlich nicht das Gefühl gehabt, dass ich durchgerusht bin. Sie schauen sich aber wirklich alles x-mal an. Haben wir eigentlich. Ein Meister wird immer den schwierigsten Weg. Ich habe alle schwierigeren Parts gemacht und nicht machen lassen. Die Stimme unseres Erzählers scheint Ihnen ja gut zu gefallen. The Brain. Okay. Was haben wir hier noch? Was wurde aus? Ja. Ach, das ist das. Okay. Das brauchen wir jetzt nicht nochmal. Oh. Kassandra kam leider zu spät zurück in ihre Zentrale und musste mit ansehen, wie das Pi-Virus 99% aller Computer weltweit infizierte. Daraufhin schwor sie den Bits und Bytes ab und bastelt seitdem aus dem Elektronikschrott kleine Roboter-Skulpturen, die sie auf der Straße verkauft. Dank Ninas tatkräftiger Mithilfe fanden die geheimnisvollen Wächter zu alter Stärke zurück und werden die Menschheit hoffentlich bis in ferne Zukunft vor sich selbst schützen. Das kam aber voll nicht, ne? Warte mal. Der Meisterdieb setzte sich mit der erhaltenen Belohnung zur Ruhe. Über zwei Jahrtausende später widmete man ihm mehrere Computerspiele. Seine Leiche war nicht auffindbar. Hat er überlebt? Nach einer schlimmen Erkältung, die er sich in den eisigen Straßen von Florenz zuzog, kehrte Anasir als gemachter Mann in seine Heimat Ägypten zurück und schwor, nie mehr einen Fuß in diese unwirtliche Stadt zu setzen. Lies sich von seinem Meister malen und wurde als vitruvianischer Mensch berühmter als Mona Lisa. Als man herausfand, das hat sich von der Niederland bekam, der Polizist erarbeitet weiter im CERN, wird demnächst das legendäre Higgs-Teilchen entdecken und dafür den Nobelpreis erhalten. So viel Spaß wie im CERN hatte das Wurden höchstwahrscheinlich von dem schwarzen Loch verschluckt, wurde von Nina unmittelbar nach der Entführung von Max aufgesucht. Hatte ihn begegnet Nina und Kassandra dank Ninas. Okay, ähm, Artworks, Artworks ist immer was Feines. Oh, die laufen auch noch durch. Das heißt, man kann nichts, ähm, das machen wir gleich. So, ähm, ach das sind die, hatten wir auch. Okay, gut. Lassen wir mal die Artworks hier durchlaufen, nehmen wir mal hier zur Seite. Ähm, wo waren wir stehen geblieben? Achso, ja. Ähm, die Story fand ich persönlich ein bisschen zu abgedreht an der Stelle. Äh, wenngleich es einen sehr interessanten Reiz hat, ähm, in die Zahl Pi nachher zum Ende hin, äh, also was heißt zum Ende hin, äh, ne? In den entferntesten Stellen in der Zahl irgendeinen kosmischen Wert reinzupacken, ne? Äh, der dann entschlüsselt dann eine riesige Maschine dann, äh, darstellt. Ähm, finde ich, finde ich schon sehr interessant. Ähm, aber, ähm, es wird zu wenig erklärt. Also, ja, es ist Fiktion, aber dass man trotzdem irgendwie ein bisschen erklärt, was wirklich mit den Wächtern ist. Äh, ich kann mir nicht vorstellen, dass, äh, irgendwie die, äh, Wächter einfach so ausgewählt worden sind, äh, als irgendwelche, ähm, ja, Stammesleute, die dann auf einmal die Energiequelle geschenkt bekommen. Ähm, ich weiß es nicht. Zumal sie ja auch irgendwie ein bisschen anders aussehen. Also, dass, dass, dass auch noch erklärt wird, warum sie scheintot sind oder eingefroren oder was auch immer, oder telepathische Fähigkeiten haben, äh, das wäre wahrscheinlich doch sehr hilfreich, um einfach so ein bisschen, vielleicht doch, äh, Platz zu machen für den vierten oder fünften Teil. Das, äh, ist hier so wie abgeschlossen. Was ist überhaupt mit dem schwarzen Loch passiert, ja, oder mit dieser Explosion, äh, äh, was hat das dazu geführt, oder, äh, ich dachte erst, es ist irgendwas kaputt gegangen da, ne, also das Spiel, äh, Feierabend. Ähm, ähm, ich muss mich mal belesen, was die anderen drei Enden letztendlich dann ausmachen. Ich, ich denke mal nicht viel, äh, nur dass der ein oder andere Charakter dann da ist. Äh, musikalisch war es okay, ähm, war zu sehr wiederholend, die Musik, also wenig Abwechslung. Ähm, aber eben halt nicht aufdringlich. Äh, äh, grafikmäßig, äh, was war das jetzt, 2012? Also es ist ja auch schon ein paar Tage alt, acht, neun Jahre. Ähm, sah es, äh, doch sehr, sehr gut aus. Ähm, und, äh, wenn man bedenkt, ich spiel hier, glaub ich, in 2 oder in 4K gerade, äh, äh, ist gut gemacht worden mit den Hintergrundgrafiken, mit den festen und mit den, äh, äh, 3D-Grafiken, die dann reingepackt worden sind. Ähm, am Zoom hat man das nämlich ziemlich gut, äh, gemerkt, wie super eigentlich, äh, äh, detailliert die Hintergrundgrafiken waren. Also für damalige Verhältnisse wahrscheinlich richtig top, wenn man maximal so, äh, 1080p oder so zur Verfügung hatte. Ähm, ja, Sprachausgabe, ich glaube, es waren andere Sprecher. Ja, mitunter. Aber eben teilweise auch wieder namhafte Sprecher, äh, äh, die ihren Job richtig gut gemacht haben. Also das, äh, hat man den auch abgekauft, aber, äh, so wer es seid ihr jetzt hier? Ach, das ist doch die Hütte aus Tunguska. Warum kommt denn jetzt das Tunguska-Bild? Naja, letztendlich ist ja alles miteinander verbogen. Nichtsdestotrotz, es hat sehr viel Spaß gemacht, das Spiel. Ähm, damit ist die Reihe abgeschlossen. Also was danach kommt, also was hier den Platz dann, äh, ersetzen und ausfüllen wird, weiß ich noch nicht, aber da mache ich mir mal Gedanken. Da oben sieht man halt, äh, Tunguska, Lost Horizon und Geheimakte Tunguska 2. Waren das bloß fünf Leute? Nein, das sind mehr, oder? Mindestens der Kameramann muss mit dabei sein. Und das war's, glaube ich, schon hier, ne? Oh. Oh. Okay, damit sind wir durch. Ja. Das soll's an der Stelle gewesen sein. Vielen, vielen, vielen Dank fürs Zusehen und, äh, für den Host. Und für, äh, für, äh, überhaupt. Und, ähm, ich sag an der Stelle gute Nacht. Schlaft gut und, äh, bis... Ja, bald. Definitiv bis bald. Euer Firefox. Apropos. Das Spiel hier ist super.